ich habe heute drei bilder aus dem alten bestand in die galerie mitgebracht da habe ich noch engel gemalt universum solche sachen ja ich wollte euch diese bilder zeigen das ist das original gemälde even mystery davon gab es verschiedene varianten und das ist das letzte bild das ich noch habe so das ist das gemälde erzengel michael mit seinem schwert ja und da sind zwei engel die sich im himmel treffen ja so eine begegnung und wer für euch interesse hat vielleicht ein oder anderen bild leicht zu sehen in der galerie mich zu besuchen gerne melden so sehen sie aus jetzt proportion zu meiner größe ich bin 1,70 m ich freue mich auf euch leute meldet euch tschüss 8 11 14 15 15 15 15 16